So, hallo, es ist 10 Uhr. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir sind jetzt 2, 4, 6, 7 hier bei dieser Session und mein Vorschlag wäre, wenn wir zu wenig sind, wir nehmen uns 3, 4 Minuten, dass jeder nochmal kurz seinen Namen sagt und nochmal hier im Raum ankommt und vielleicht sagt, warum hier reingegangen ist. Ich werde euren Namen kurz hier in das Mini-Protokoll, das in geteilten Notizen steht, werde ich einfach reintragen. Von daher fangt man an. Ich stelle mich stumm. Vielleicht fängt da Christoph Hafner an und gibt weiter an denjenigen, die er im Raum sieht. Ja, hallo, mein Name ist Christoph Hafner. Ich bin bei der SAP als Wissensarchitekt und Learning Experience Designer und beschäftige mich da vor allem mit Themen wie Gamification, Podcasting, aber auch Learning in the Flow of Work. Und ja, ich interessiere mich für agiles Lernen, aber bin da drin wirklich noch nicht sehr bewandert. Von daher finde ich das ganz spannend. Soll ich einfach an den Damian weitergeben? Ja, ich bin Damian Tata, ich bin von der Firma Timo.com GmbH in Düsseldorf oder in der Nähe und ich bin in einer neuen Rolle jetzt aktuell seit April und zwar als People-Koordinator und meine Aufgabe ist dort, mich um die Weiterbildung unserer Kollegen kümmern. Und ich habe entdeckt, dass das Lern-OS für uns zutrifft. Das heißt, ich bin total interessiert und neugierig, wie man sowas umsetzen kann, anwenden kann und wie es da weitergeht. Sehr schön. Ich würde gerne weitergeben an die Nicole, vielleicht die Antwort auf die Frage noch, warum seid ihr hier reingekommen? Danke. Hallo, Nicole Helmerich, gerade hier aus Lausanne, aus der Schweiz. Ich bin Fazilitatorin und Coach und Organisationsberaterin. Und warum bin ich hier reingekommen? Ich bin sehr aktiv in der Liberating Structures Community und in der Working Out Loud Community und finde es total spannend zu überlegen, wie funktionieren Communities, wie kann man sie aufbauen, wie kann man sie ausweiten und genau, beschäftige mich generell mit hybrider Zusammenarbeit, hybriden Facitation und genau. Dankeschön. Dann gebe ich weiter an die Joy, ist die letzte, die ich noch sehe. Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin die Joy. Ich komme von der DATEV. Ich bin für Auszubildende und duale Studenten zuständig und wir bei uns haben auch ein DATEV-Botschafterprogramm und vor allem auch für unsere Auszubildenden breiten wir das auch gerade aus auf den ganzen Instagram-Kanalen und so weiter und das betreue ich auch ganz stark und deswegen würde es mich einfach interessieren, wie ihr das bereits umgesetzt habt und was ich vielleicht noch dazu lernen kann. Herzlichen Dank. Im Moment noch nicht mit Kamera dabei, sehe ich noch den Florian Stieger und die Franziska. Vielleicht kann der Florian und die Franziska noch was zu sich sagen, warum sie ja dabei sind. Ja, der Florian sagt, was meine Kamera, glaube ich, das muss ich nochmal neu starten. Das ist ein klassischer Fehler. Aus Österreich, wir beschäftigen uns viel als Berater bei Organisationen, um eben Rückenwind zu bekommen, wie dort Lernen einfach gut funktionieren kann. Und eben deswegen habe ich das Thema angesprochen, war schwierig zu entscheiden, aber ich bin hier gelandet. Gefällt mir gut. Danke, Chef. Und die Franziska, glaube ich. Genau. Ich habe, glaube ich, das gleiche Problem. Irgendwie sagt man, es erkennt meine Webcam nicht. Keine Ahnung, muss ich vielleicht auch später nochmal neu starten. Genau. Ich, Franziska Vandeberg, ich komme vom Bayernwerk. Ich bin da die Projektleitung für das Thema Wissenstransfer bei unseren Servicetechnikern und da mit Schwerpunkt Erfahrungswissen, was besonders spannend ist, weil es um den Prakt, um eine praktische Tätigkeit geht. Und das ist eben ganz stark dann von Communityverhalten abhängig. Können wir da eine Community aufbauen, die sich eben austauscht und so weiter. Und genau, zusätzlich im E.ON-Konzern habe ich auch so eine gewisse, habe ich auch ein Team, wo wir kulturell arbeiten wollen. Wie können wir unsere Kultur im E.ON-Konzern stärken, Werte stärken? Und da finde ich eben auch diesen Community-Ansatz super spannend zu sagen, um Kultur überhaupt erlebbar zu machen, muss ich in Austausch kommen, um überhaupt irgendwie über irgendwas reden zu können. Und auch dafür ist einfach dieses Thema, wie baue ich da eine Community auf, in der Leute gerne mitmachen, Lust haben, beizutragen, aktiv zu werden. Das ist da total wichtig. Und da bin ich super gespannt, was da einfach eure Gedanken zu diesen Themen sind und Erfahrungen auch. Sehr schön. Herzlichen Dank. Mein Vorschlag wäre der folgende. Ich habe einen ganz kleinen Impuls vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie stark ihr das Telekom Botschafterprogramm kennt. Da bin ich oft auf Konferenzen und erzähle die ganze Geschichte, wollte ich heute gar nicht, sondern ich will eigentlich mit euch in den Diskurs kommen, ob ihr einen Leitfaden über solche Sachen schreiben könnt. Von daher, mein Vorschlag wäre, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch direkt stellen oder auch in dieses geteilte Notizen-Pad reinschreiben. Habt ihr das schon gefunden innerhalb dieses Raums? Also wenn ihr auf geteilte Notizen schaut, hatte ich jetzt mitgetippt. Und der Damian macht das perfekt, weil ich habe seine Firma nicht richtig verstanden. Also herzlichen Dank dafür. Also Vorschlag da jetzt, dass ich 10, 15 Minuten Impuls gebe. Wenn ihr Fragen habt, direkt. Wenn wir so wenige sind, dann stellt die direkt, weil ich glaube, das ist dann sinnvoller, wie wenn ich jetzt versuche, einen langen Impuls zu machen. Möglichkeit besteht, dass ihr auf die geteilten Slides, die jetzt unten bei mir stehen, dass ihr da draufklicken könnt, damit die größer werden. Bei mir sind die jetzt klein, aber für mich passt das. Okay? Genau. Also es geht darum, eine Idee, die ich hatte, als ich mit Simon Dückert diskutiert habe, war, können wir vielleicht einen Leitfaden schreiben für das Thema Corporate Influencer? Das ist so ein bisschen ein Hype-Thema. Wenn ich hier in mein Regal gucke, gibt es schon einige Bücher darüber, wie man Corporate Influencer, also Influencer aus dem Unternehmen heraus aufbauen kann. Und ich hatte jetzt das Privileg, das schon fünf Jahre hier bei der Telekom mit begleiten zu können. Und von daher kam die Idee. Aber erst mal die Frage, wir sind im Raum Schein, jetzt hat es das immer schon weggenommen, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, was macht denn der Schein? Wer kennt Schein? Ich kannte ihn noch nicht. Wer kennt Schein? Als Autor? Okay. Also der hat zum Thema Unternehmenskultur geforscht und hat gesagt, es gibt drei Elemente, die eine Unternehmenskultur ausmachen. Das sind die Artefakte, die öffentlich sichtbar sind, öffentliche Strukturen, Prozesse, Werte, die da drunter liegen und die Grundannahmen. Und ich finde es so interessant, ich habe jetzt hier im Raum Fasitatoren. Wir wissen ja, wie schwer es ist, an diesen Grundannahmen zu arbeiten und die zu verändern. Von daher, aber im Unternehmenskontext, jetzt besonders jetzt bei so einem großen, wie der Telekom, da ist diese Arbeit an der Kultur sehr oft eine nachgelagerte. Sondern es müssen Projekte abgegeben werden und es muss gearbeitet werden. Von daher ist diese Kulturarbeit, die es de facto ist, das Telekom Botschafternetzwerk, eine ganz essentielle. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu mir. Ich durfte eine Promotion schreiben mit der SAP AG zusammen, vor über zwölf Jahren, Community Buildings for Innovation. Da ging es darum, einen Ideenwettbewerb aufzubauen. Wie kann der Ideenwettbewerb eine Methode sein, um eine Community aufzubauen? Zusammen mit SAP-Studierenden aus ganz Deutschland habe ich über 100 Ideen eingesammelt, da eine Community mit aufgebaut. Und es ging im Kontext von Open Innovation um die Frage, wie schaffe ich Innovation in ein Unternehmen reinzubringen? Dann bin ich danach zur Telekom gekommen und habe dann angefangen, vor allem Social Media zu machen. Ich habe ein Programm aufgebaut, das heißt Social Media Business. Und da hatten wir externe und interne Social Media Aktivitäten miteinander kombiniert. Müsst ihr euch vorstellen, wir machen ja sehr viel Unternehmenskontext aus. Also da sind wir auf den Corporate-Kanälen unterwegs. Aber der Punkt, den ich immer sehr spannend fand, schaffen wir irgendwie eine Verbindung mit dem internen Social Media. Wir haben schon seit über zwölf Jahren Social Intranet, wo heftig geblockt, diskutiert und auch sich gegenseitig mit Dreck beschmissen wird. Und wir haben natürlich das externe Social Media. Und ich durfte für die Telekom Deutschland diese Dimensionen zusammenbringen. Also auch die Frage, hinter mir steht, anders arbeiten hier. Anders arbeiten bedeutet auch, wie kann ich denn früh Wissen teilen? Dann bin ich irgendwann auf LernOS gekommen und mit Simon und habe gesagt, hey, das ist so interessant, das finde ich so spannend, dass ich mich da mehr einbringen möchte. Darum sind wir auch Sponsor, auch Programmsponsor jetzt von diesem Camp. Sehr schön. Dann das Nächste, was ich mit euch teilen will, ist die Telekom Botschaft. Aber sind die eine weltweite Community von über 220 Laufmann-Genter-Begeisterten? Wir haben in Deutschland angefangen mit einem Kernteam. Und das Kernteam bestand aus fünf bis acht Leuten, die gesagt haben, ich will das Thema Werkstolz nach außen bringen. Und ich will euch jetzt, ich zeige es euch jetzt mal hier drin, das ist ein bisschen einfacher, weil ich wenig vorbereitet habe, aber ich habe jetzt entschieden, dass ich doch ein bisschen mehr mache. Haben wir einen Blogartikel geschrieben, den kann ich euch auch teilen im Chat, wo wir die zehn oder zehn häufigsten Fragen, die an das Telekom Botschafterprogramm gestellt werden, beantwortet haben. Und ich will eigentlich nur auf eine Kernsache eingehen. Wir haben auch ein einziges Slide gemacht am Anfang von fünf Jahren, und das ist die da. Wir haben ein Leitbildentwickler zusammen mit der Kerngruppe. Wir haben eine Mission und Ziele entwickelt. Und mir ist so wichtig, viele der Botschafterprogramme sind sehr stark auf eine Funktion ausgerichtet, zum Beispiel Personal rekrutieren. Und ich glaube, das wird der Möglichkeiten, die wir haben, nicht gerecht. Ja, also wenn ich hier raus bin und wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin und meine Beiträge schreibe, dann kommt da mal vielleicht auch ein Personalthema vorbei, weil wir gerade eine freie Stelle haben. Aber ich bin da nicht draußen, um jetzt Menschen zu rekrutieren. Das ist nicht mein erstes Ziel, sondern ich möchte über meine Arbeit berichten. Und ich möchte in Diskussionen mit anderen gehen und neue Perspektiven drauf bekommen. So, wir haben uns vor fünf Jahren die Ziele gegeben, also Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Haben da einen knackigen Hashtag dahinter gelegt, um auch messen, wiegen, schätzen zu können. Das war das Erste. Also schaffen wir es, Geschichten zu erzählen, in denen Botschafter nach außen wirken. Und das fängt mit ganz einfachen Dingen an. Wir haben die auch in so einen Buckel gepasst. Die andere Möglichkeit ist, Schuhe zu tragen. Dann wird man nämlich angesprochen. Ganz, ganz simple Sachen, wie es da sind. Also draußen mit Magenta Schuhen tragen. Dann spricht einem die Kollegin vom Kindergarten an und sagt, können Sie mir helfen? Ich habe ein Problem im Festnetz. Und dann muss man die Prozesse haben und die Möglichkeit haben, auch helfen zu können. Also, das war das Thema Unternehmenswahrnehmung positiv beeinflussen. Zweite Thema Kunden helfen und gewinnen. Wir kennen es alle. Im Freundeskreis gibt es Fragen zur Telekom. Mein Schwager versucht gerade, einen Festnetzanschluss in München zu bekommen, den wir nicht mehr im System haben. Und da zu unterstützen, zu helfen, denen an die richtigen Leute zu verweisen. Das ist eines der wichtigen Sachen. Und, also wir sind nicht der Service, aber wir haben das Netzwerk, um Menschen zu helfen. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt mit der Telekom, dann bin ich ansprechbar. Meldet euch bei mir. Oder auch, ich bin überzeugt, wir haben das beste Netz. Und wir haben es auch. Also von daher, wenn ihr bereit seid, ein Ticken mehr zu zahlen, plus 15 Prozent gibt es for friends, dann meldet euch bei mir. So, Ende des Werbeblocks. Das dritte ist, Kollegen motivieren und gewinnen. Das ist eine extrem starke Innenkomponente. Also, das Thema, ich sage immer, Innenvernetzung stärke, um nach außen zu wirken. Das ist ein sehr starkes, ein sehr starker Community-Building-Aspekt. Mit meiner Erfahrung jetzt beim Community-Building im Rahmen meiner Dissertation stellt sich immer wieder die Frage, wie schaffe ich die Innenvernetzung nach oben zu bringen, damit ich nach außen stärker wirken kann. So, habt ihr jetzt Fragen dazu, außer denen, die ihr schon so toll ins Pad geschrieben habt? Haben wir einen kurzen Break. Ja, ich habe eine Frage. Ja, dann legt euch das. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um jetzt auf den heutigen Stand zu kommen? Ja, also Zeit haben wir gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Das war eine Bottom-Up-Initiative. Also, wir sind nicht institutionisiert gewesen, sondern wir haben 2016, 2015, angefangen mit einem kleinen Kreis. Und das eigentliche Wachstum ist jetzt in den letzten zwei Jahren passiert. Als wir angefangen haben, das war für mich auch überraschend, nach Europa zu expandieren, aber nicht in einem strategischen Plan, sondern ganz überraschenderweise haben die Kollegen von Cosmo-T, die haben ein grünes Logo, die haben gar nicht Love Magenta, haben gesagt, ich würde gerne auch Telekom-Botschafter sein. Das heißt, wir haben jetzt 40, 50 in Griechenland. Im Moment gehen wir gerade über den Atlantik. Das heißt, T-Mobile US, eine Tochter von uns, mit dem wir strukturell, also weder im Social Internet verbunden sind, noch anderswo. Da fangen die Kollegen an, die sagen, hey, ich mag auch Magenta, lass uns mal dieses Netzwerk internationalisieren. Und jetzt wird es richtig kräftig. Also, ich merke immer wieder diesen Rückenwind von Menschen in den USA, die einen extrem unterstützen. Ich durfte jetzt gerade neulich auf LinkedIn so einen Live-Talk machen mit der Jennifer Schäfer, die macht Assess-Protection in T-Mobile US. Und mit denen zu diskutieren und herauszufinden, wie deren Perspektive aus Unternehmen sind, das hätte ich nie gedacht. Normalerweise muss man da immer über die Chefetagen gehen, um die Kontakte zu bekommen. Jetzt gibt es Netzwerke wie LinkedIn, wo wir extrem international unterwegs sind. Und das ist vielleicht auch meine Empfehlung. Denkt nicht so viel über Netzwerke ein. Also, wir haben das Privileg, dass wir ein Social Internet haben. Das kann ich euch gerne auch mal zeigen. Die Startseite, wo wir halt einen Landing, einen Landungspunkt haben. Aber im Kern, ganz offen, ist die Technologie egal. Sie muss da sein, sie muss einfach sein. Ansonsten, mehr braucht man eigentlich nicht. Also, im Moment ist der aktivste Kanal, weil ich danach auch immer gefragt habe, WebEx Teams. In WebEx Teams haben wir Teaträume aufgemacht, wo man mit den Menschen, wo die Menschen sich unterhalten können. Da gibt es einen Raum, der heißt, den kann ich euch gleich mal zeigen, weil wir können es auch. Da gibt es einen Raum, der heißt Hilfe. Also, du kannst Hilfe suchen, wenn du irgendwelche Surface-Fragen hast. Und dann gibt es andere Räume, die differenzieren sich dann quasi nach regional aus. Gibt es internationale Botschafter oder auch so. Ich zeige euch jetzt mal kurz auch nochmal die Startseite oder Landingpage vom Intranet. Da kann man ja normal nicht drauf gucken. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das ist jetzt Deutsch, Englisch. Hier rechts gibt es die ganzen Onboarding-Termine. Das ist auch immer wieder spannend. Und das wird alles aus der Botschafter-Community selbst heraus organisiert. Das heißt, wir haben keine 100% FTE-Stelle, die jetzt hier Botschafter macht, sondern innerhalb von Corporate Communication gibt es Menschen, die halt Dinge anbieten. Hier seht ihr auch, Lacks ist nachher ein Thema. Viel ist auch in der Verbindung von Experten, die Botschafter sind, sind gebieten dann Lacks, also Lernen für Experten-Sessions an. Und hier vielleicht nochmal, weil das auch immer extrem gefragt wird, warum, wie ist denn die Innenperspektive? Es gibt ein Kernteam von im Moment 20 Botschaftern, die sich um dieses Thema Organisation, People, Tools und Content kümmern. Also kurz gesagt mit allen Fragen, die über das in Anführungszeichen einfache Botschafter-Termine ausgehen. Genau. Und wenn wir da drin sind, vielleicht auch, es ist alles sehr, sehr, sehr einfach. Es ist versucht, sehr, sehr einfach zu gestalten. Also wenn man hier People und Places drückt, sieht man halt, eines der meist gelesenen Dokumente ist die, klar, die Übersichtsliste und man schaut sich, wer ist da drin in dieser Liste. Und das ist jetzt halt eine Liste von den 220 Leuten, die stellen sich alle kurz vor. Eine kurze Introduction gibt es, die kann man auf Jam machen oder auch auf LinkedIn und dann werden die im Botschafter-Call vorgestellt und der im wöchentlichen Call und dann ziehen sie wieder weiter und arbeiten in Teams zusammen. Sehr gut. Das als kurzer Überblick, was wir bei den Telekom-Botschaftern machen. Und jetzt würde ich gerne übergehen in das, wo ich quasi den Gedanken hatte, den ich auch gerne mit euch diskutieren würde. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen im Chat. Wie wollen wir machen? Ich könnte auch direkt eingehen. Dann machen wir es jetzt erstmal und dann gehen wir in den Leitfaden, die Leitfaden hochgehen. Okay. Wie erhalte ich Rückendeckungen von oben? Am Anfang gar nicht. Also macht euch frei davon, dass ihr einen Sponsor da oben braucht, der die Hand darüber hält. Es war bei uns eine Bottom-Up-Organisation, die sehr, sehr, sehr oft mit der Formalorganisation angeeckt ist, weil sie Aufgaben übernommen hat, wie zum Beispiel Personalmarketing, die die HR nicht wollten. Also macht euch frei davon, dass man erst Rückendeckung braucht, weil wenn man die persönliche Emotion der Kolleginnen anspricht, dann passiert das schon. Auch das Thema, wir haben auch 20 Prozent, wo Menschen sich einbringen können, 80, 20. Aber de facto ist es so, dass viele Botschafter eigentlich Bock drauf haben und es machen wollen und die Frage nach der Arbeitszeit gar nicht gestellt wird. Ich habe keine Zeit, um in einer Community engagiert zu sein. Wie kann man Kollegen motivieren, mitzumachen? Ich habe jetzt einen konkreten Fall mit vier anderen Communities, die montags starten und genau diese Fragen werden mir auch gestellt. Und ich glaube, weniger PowerPoint, mehr Community-Building war meine Antwort, weil wir haben auch eine Beratung drin, die viele Nutzen-Slides geschrieben hat. Also hier oben im Kopf, ja, das nützt dir Folgendes. Du kannst wissen, du kannst dich persönlich weiterentwickeln. Ja, das steht alles toll auf Slides. De facto kann man das nicht, geht das nicht über den Kopf. Das muss man erfahren, dass der Blick über den Tellerrand mit einem Kollegen, der zwei Bereiche weiter ist, dass das einen weiterbringt. Ich glaube, auf der kognitiven Ebene macht es keinen Sinn, das auf Slides zu schreiben. Wir haben sie auch, natürlich, und wir zeigen sie auch. Aber Montag werde ich vor allem Menschen zeigen, die in Räume kommen, um einzuladen. Also Gerald Hüther hat so schön gesagt, einladen, inspirieren, ermutigen. Das ist das Einzige, was wir machen können als Community-Manager. Einladen, inspirieren, ermutigen. So, dann kann man einen Prozess haben und vielleicht so einen Leitfaden, den man entwickelt, aber mehr können wir nicht machen. Wir können die Menschen nicht drehen, besonders in Communities kriegen wir das nicht. Also ist dieses, ich möchte etwas leiten, aus meiner Sicht ganz anders zu sehen. Ich gebe Strukturen, ich gebe Räume vor, aber dieses inhaltliche Weiterkommen sollte in der Community sein. Und dann die dritte Frage, wie könnte ich die Scheu ablehnen, sich aktiv einzubringen? Aktiv einzubringen gibt es ja zwei Komponente. Also beim Corporate Influencer wird sich sehr häufig gefragt, wie kann ich Leute dazu bringen, dass sie endlich mal auf LinkedIn was posten. Und meine Antwort da ist, fang mit Kommentaren an, fang zu lesen an, fang an, Dinge, Kommentare oder Beiträge zu kommentieren, die du gut findest, begründe, warum sie gut findest. Das kann stattfinden. Es müssen keine eigenen Beiträge sein. Am Anfang, sondern das Thema Comment and Engage reicht schon völlig. Also warum? Man will die Plattform kennenlernen, man will verstehen, was da passiert. Und dafür ist es schon ganz gut. Und das hilft auch, man lernt Leute kennen. Wie könnte ich die Scheu ablehnen, sich aktiv einzubringen in einer Community intern? Da merke ich mehr und mehr, dass man den Platz und den Raum geben muss und die Pausen aushalten muss. Weil besonders im digitalen Raum sind manche nicht so schnell und heben die Hand und sagen sofort was. Und ich musste da in den letzten fünf Jahren sehr oft lernen, dass nicht nur das Technische, ich muss mich jetzt anmuten, um was zu sagen, sondern manche brauchen auch, wir merken das auch, wir stellen Fragen und geben den Menschen gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Von daher, sich mehr Zeit nehmen, dass auch mal eine Pause da ist, wäre aber meine Empfehlung. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich Fragen geschrieben habe, aber gerne nochmal Feedback drauf. Ja, die hatte ich gestellt. Ich finde, das ist ein super Punkt zu sagen, diese Zeit zu geben. Das ist, glaube ich, was man sehr schwer aushält, diese Stille. Ich habe jetzt nur noch überlegt, ob diese Scheu, über die ich da... Habt ihr einen Tipp, wie ihr diesen sicheren Rahmen schafft? Ich glaube, dass ein Teil von so einer Teilbeitragsangst vielleicht daherkommt, dass man eben nicht sicher ist, ob der Rahmen, in dem man jetzt da seine Meinung äußert oder sein Wissen teilt, sicher ist, sage ich mal. Also das Schlimmste aus meiner Sicht, was man machen kann, ist zu sagen, ich hatte das mal auf der Konferenz, wo sie am Anfang gesagt hat, today we are here to build trust, ja. Und am Ende hat sie gesagt, and we build trust. Forget it. You won't build trust mit drei Stunden Vorträgen oder mit einer Einladung auch am guten Workshop baust du noch kein Vertrauen auf. Ich gebe dir da vollkommen recht, auch das wird hochspannend werden. Ich habe jetzt da drei Bereiche, die ich zusammenbringen soll mit Communities und ich glaube erst mal, die müssen Zeit miteinander verbringen, Komma, das ist immer so leicht gesagt, weil daneben sind Projekte, daneben sind Abgabetermine. Das heißt, die Diskussion, die ich schon führe in dem Konstrukt, also am System ist, dass die Community-Arbeit, jetzt dann habe ich geschrieben, bis zu 30 Prozent sein muss von der eigentlichen Arbeitszeit. So, weil wenn man da irgendwie mit fünf oder zehn Prozent arbeitet, glaube ich, dass Menschen sagen, das bringt mir nichts, die Community bringt mir nichts, wenn ich so wenig, also die erfahren dann keine Veränderung. Also Vertrauen aufzubauen mache ich nicht irgendwie am Freitag um 17 Uhr bis 17 Uhr 20, sondern ich glaube, dass wir die Menschen über Arbeit zusammenbringen müssen, über gemeinsame Ideen, die sie haben. Daraus entstehen dann Projektideen in den Communities. Wir haben die Jerusalemer Challenge gehabt, das war eine weltweite Challenge mit über 100 Ländern, wo Menschen ihre Tanzvideos eingereicht haben bei den Telekom-Botschaftern. Das war famos, fand ich, weil das hätte keine Organisation in den vier Wochen zu schnell hinbekommen. Und es war ein Kollege aus England, der gesagt hat, weltweit, da wollten alle dabei sein und die Spanier haben sie am Ende aufgeregt, dass sie zu wenig Tanzzeit hatten. So, aber sowas passiert und das zu orchestrieren und ich komme ja, ich habe ja lange, fünf Jahre lang als Assistent des Vorstands Deutschland gearbeitet und ich weiß, wie solche Prozesse in hierarchischen Strukturen funktionieren und wie sie jetzt in Netzwerken funktionieren, da kriege ich immer wieder Gußbamps. Also, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, das zu sehen, wie das funktioniert, wie schnell das funktioniert, wie sich Menschen dann einbringen. Also, sie gemeinsame Ideen realisieren lassen, da Freiräume schaffen für die. Das, glaube ich, das hört sich immer so abstrakt an, am Ende des Tages müssen die von Projekten runter. Also, sehr platt. Also, die dürfen nicht mit fünf Projekten gebucht sein und dann noch ein bisschen Community-Arbeit machen sollen. Das klappt nicht. So, danke. Ja, da hätte ich vielleicht noch ganz kurz eine Frage daran anschließend. Du hast es gerade angesprochen mit, ja, dass Hierarchien auf Netzwerke treffen oder vielleicht auch manchmal prallen. Kannst du da vielleicht noch kurz ein bisschen was zu sagen, was es da auch für Reibungspunkte gibt? Weil ja, ja, ich weiß nicht, ob das einfach so zwei Lager sind. Die einen wollen die Hierarchien schleifen. Und nur noch als Netzwerk machen. Oder ob das auch eine Koexistenz ist. Oder ob das sogar vielleicht zusammen funktioniert. Also, wenn du Christian und Brandes Schießbeck nimmst, dann ist es ganz einfach. Aber in der Realität kannst du bestehende Hierarchien oder agile Strukturen nicht durch Netzwerk durchbrechen. Bei den Botschaftern habe ich sehr, sehr viel Konkurrenz erlebt. Und Konkurrenzdenken von der Formalorganisation gegenüber den Botschaftern, die haben keinen Auftrag. Was machen die da? Das heißt, ich finde, John Cotter, auch einer der Räume, hat mit dem dualen Betriebssystem da eine gute Brücke gebaut. Was heißt ein duales Betriebssystem? Du hast neben der Formalorganisation, die entweder hierarchisch oder agil oder in Tribes ist, eben dieses informelle Beschleunigernetzwerk. So nennt er das. Und du hast, das Wichtige ist, dass in dem Beschleunigernetzwerk Menschen drin sind, die auch in der Formalorganisation was bewegen können. Also, wir haben viele Serviceleute bei uns drin, die einfach helfen können. Wir haben viele Leute drin vom Brand, die einfach coole, wir haben noch nie eine Agentur irgendwie engagiert, um Folien zu machen. Das machen die alle selber, weil die an den Stellen sitzen in der Formalorganisation. Und er spricht natürlich von dieser Formalorganisation, die ist auf seiner Slides noch hierarchisch, und dem Beschleunigernetzwerk und die Verbindung. Und dann nennt er das ein Leadership Coalition, wo ich echt sage, ja, natürlich, sich immer wieder Aufträge zu holen, in der Organisation zu arbeiten, ist für die Community auch wichtig. Das heißt, wir haben bei uns einen Community Manager mit Alexander Lügen, der sehr, sehr stark darauf achtet, immer wieder die Marketingleute, die HR-Leute und alle, die verantwortlich sind, mit in die Telekom Botschafter-Community mit reinzubringen. Das geschieht wöchentlich in einem Call, dass quasi die Fachbereiche ihre Themen, ich würde fast sagen, anbieten. Jetzt, das hat auch eine Zeit gedauert, aber am Anfang war das auch eher, sie einzuladen. Teilweise wollen wir ja die Menschen auch als Community-Mitglieder haben, weil wir sagen, es ist viel, viel besser, du bist in der Community, um zu verstehen, dass vielleicht deine Botschaft, die du gerade hast, von den Botschaftern gar nicht so verbreitet wird, weil es nicht ihre persönliche Botschaft ist. Aber es ist viel konfliktärer und ich bin vor drei, vier Jahren sehr, sage ich mal, konfliktbehaftig. Ich habe mir viele blaue Flecken geholt, weil ich als einer der Verantwortlichen für diese Telekom Botschafter stand und manchmal auch Dinge, also wir arbeiten im Netzwerk und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Natürlich, dann kann man natürlich auch kein, also man wird da natürlich angesprochen, wenn man so Rollen übernimmt wie Pressesprecher, also Anführungszeichen Pressesprecher für die Telekom Botschafter zu sein, Vorträge zu halten, dann wird man natürlich auch angesprochen intern, ey, was ist wieder los in deinem Netzwerk? Und dann ist es auch wichtig, nicht in alte Strukturen zu verfallen, sich verantwortlich zu fühlen für jedes Netzwerkmitglied. Klar, es ist meine Gemeinschaft, aber wir alle haben unseren Arbeitsvertrag verschrieben, wir alle haben Verschwiegenheitspflichten unterschrieben und es ist auch wichtig, da nicht, es geht nur nicht, um sich rauszureden, sondern es geht darum, auch zu sagen, hey, ich bin nicht für alles verantwortlich, was die Mitglieder im Netzwerk machen. Das ist die negative Seite, weil man immer wieder gefragt wird und ich bin ganz ehrlich, die positive Seite, also dass die Organisation positiv über einspricht, etwas, die den Netzwerk um etwas bittet, also verbreite meine Botschaft oder mach mit beim Culture Day oder unterstütze bitte die Magenta 1 Kampagne, das ist das beste Zeichen, dass Netzwerke in der Telekom oder zum Beispiel das Telekom-Botschafter-Netzwerk in der Telekom angekommen sind. Menschen bitten uns um etwas oder sagen, können wir was beitragen? Dann denke ich immer, okay, da muss ich, da brauche ich keinen Check durch irgendeinen Vorstand, der sagt, ich bin Schirmherr der Botschafter, dann funktioniert das einfach. Das macht einfach, man merkt am Handeln, dass es macht. Und mein Punkt ist so ein bisschen, weil die Franziska gefragt hat, wie die Organisation reagiert, das braucht Zeit. Also ich hatte viele, auch die offen zu mir waren, die gesagt haben, ich spinne die, so Magenta, das hat überhaupt keinen Wert für das Unternehmen, die sollen ihre Glasfaserkabel spleißen oder den Service richtig machen. Ich habe keinen Bock darauf, dass die Magenta tragen. Und vor fünf Jahren war das auch direkt der Gegenwind, ganz offen, vor vier Jahren auch noch. Aber der Wind ist leiser geworden mit der Zeit, dass wir gezeigt haben, wir haben auch quasi immer wieder erzählen, was Dinge sind, die funktionieren. Also hier sind viele Service-Geschichten drin, wo ein Barbaros Kahrmann in Berlin eine ältere Frau im Zug getroffen hat und dann schnell ihr ein Prepaid-Konto wieder aufgeladen hat und so Sachen, die halt passieren. Und wenn man erzählt, das ist ein Botschafter, der jetzt im Service oder in anderen Sachen gewirkt hat, dann fangen die Menschen auch an zu sagen, oh, das kann uns als Firma doch was bringen und es ist nicht nur Magenta, Shishi. Wer ist bei euch alles ein Botschafter? Sind es verschiedene Personengruppen auf mehreren Abteilungen vertreten? Genau, so ist das. Es sind Botschafter aus verschiedenen Abteilungen. Ganz wichtig, ich hatte vorher gesagt, bei dieser Übersicht, die ich euch jetzt auch in den Chat geteilt habe, das ist, also Botschafter zu sein für ein Unternehmen heißt für mich nicht, ich rekrutiere nur Menschen, sondern die sind auch aus allen unterschiedlichen Fachbereichen, bringen ihre Kompetenzen, ihre Passion mit ein. Mir ist so wichtig, teilweise ist die Passion außerhalb der Arbeitsbeschreibung. Was heißt das? Wir haben einen Telekom-Hilft-Kollegen, den zeige ich immer sehr, sehr gerne, der scribbles sehr gerne, der macht Sketchnotes. Also wir haben jetzt, also das hat ja nichts mit Telekom-Hilft zu ziehen, der soll Kunden helfen da auf der Telekom-Hilft-Plattform, in Social Service, aber er macht halt gerne Sketchnotes und jetzt machen wir zum Beispiel ein Botschafterquartett und er hat die ganzen Botschafterinnen gesketcht, ja, und das ist die Rückseite. Das heißt, ich nehme die Passion der Mitarbeiter und bringe sie in Produkte, nenne ich es jetzt der Telekom-Botschafter. Und das zu erfragen, ja, ich hatte jetzt eine Situation, ich mache jetzt auch Data Analytics und ich hatte einen Grieche und der macht Data Analytics. Dann sage ich, ja, was willst du denn machen oder was kannst du denn? Dann sagt er, nee, was willst du machen? Dann sagt er, ist egal, ich will einfach helfen. Dann dachte ich, ja, es gibt es ja ganz selten im Unternehmenskontext, dass da Menschen zu dir kommen und sagen, ich brauche Unterstützung, Data Analytics, egal was du machst, ich will helfen. Jetzt macht der Power BI Visualisierung von Zahlen von den Botschaftern in den unterschiedlichen Netzwerken. Und wo ich immer denke, ah, das passiert ja im normalen Kontext nicht, wenn ich irgendwelche Führungskräften, ich habe auch viele Gespräche mit Führungskräften geführt, die nicht bereit waren zu sagen, mein Mitarbeiter kann da mitwirken. Also ich habe viel mehr Energie damit verbracht, Führungskräften zu sagen, was wir eigentlich, was wir wollen, beziehungsweise wo ich Menschen glaube, ins Potenzial bringen zu können, die dann gesagt haben, nee, es geht nicht. Wie andersrum, ich bitte um Unterstützung, bitte um Hilfe. Und da kommen die Menschen und die sagen, ich muss noch kurz mit meinem Manager sprechen, aber ich glaube, das passt schon. Sehr gut. Kommt noch eine Frage. Wie und welche Daten einer Community werden denn erworben? Ja, alles, was man darf. Das ist die kurze Antwort. Also wir setzen sehr, sehr, sehr viel auf Freiwilligkeit. Also ich, jetzt gehen wir mal ganz weit nach vorne und sagen, es gibt bei LinkedIn gute Analytics-Tools, die außerhalb von LinkedIn liegen und wenn die Botschafterinnen bereit sind, sich da anzudocken, diese Analytics-Plattform mitzumachen, dann machen wir das. Darum wissen wir Zahlen von einem Subset von Botschaftern, 37, die in dieser Plattform sind, mit denen wir auch regelmäßig Workshops machen, um zu sagen, hey, warum lief dieses Posting, warum lief es nicht? Und das sind sehr hohe Zahlen. Also die müssen Sie nicht verstecken gegenüber Corporate Accounts und die werden immer mehr werden, weil das Thema persönliche Kommunikation immer mehr werden wird. Das heißt, wir messen da, was wir messen dürfen und was die Botschafter auch bereit sind zu geben. Weil ich bin auch ganz offen, viele der Bedenken, die wir in der Einführung mit Betriebsräten führen, also Leistungsüberwachung und andere Sachen, die sind eher, wenn die Botschafter gefragt werden, minus eins mal Leistungsüberwachung. Nein, die wollen zeigen, was sie leisten und wollen auch das gewertschätzt bekommen. Das heißt, wenn wir irgendwelche, Botschafter des Monats haben wir jetzt nicht, aber wenn hier irgendwelche Postings durch die Decke gehen, dann wissen wir natürlich, welche Reichweiten die haben und dann wird das auch in der Community gefeiert. Also, und die machen das freiwillig. Also es ist nicht die Frage, ist es nicht Leistungsüberwachung, sondern let them shine, würde ich sagen. Also lasst sie scheinen und das geht auch dadurch, dass man Zahlen ergibt. Das ist nicht alles. Alex macht sehr, sehr viel auch über, also quasi anderen, naja, die anderen die Bühne geben, ist es im Grunde. Und, also so war es hier in einem Buckle zu sein oder jetzt in dem Telekom Botschafter Quartett, dann hoffentlich in zwei Monaten auch online zu sein, da haben die ersten 36 Botschafter mit einem persönlichen Profil auf unserer Corporate Website. Das gibt denen natürlich schon Kraft. So, es ist 33, ich habe nur noch 12 Minuten, jetzt brauche ich euch. So. Die Arbeiten eigenmotiviert, freiwillig, selbstorganisiert, hatte ich jetzt aber auch ein bisschen erklärt. Diese Selbstorganisation ist mir wichtig, auch nochmal zu sagen, man braucht Hilfe, um sich selbst zu organisieren. Selbstorganisation heißt nicht, macht mal, wir lassen euch alleine, sondern es gibt Community Manager, es gibt Leute wie ein Kernteam, die sagen, wir versuchen Räume zu schaffen. So, die Idee, die ich hatte, ist, ich möchte das Wissen weitergeben, das, was wir in den fünf Jahren hatten, und ich finde das Lern-OS mit den drei Dimensionen sehr, sehr gut. Organisation, welche organisationalen Rahmenbedingungen brauche ich? Brauche ich eine Social Media Guideline? Brauche ich, welche Technologien brauche ich? Was braucht die Organisation, um solche Botschafterprogramme aufzubauen? Was sind die Givens? Dann, für mich extrem wichtig, ich glaube, das ist extrem unterschätzt, das Team. Also, wir sind jetzt 220, klar, es gibt ein Tern-Team, es gibt ein International-Team. Wie schaffe ich informell diese Teamprozesse zu unterstützen, dass die Teams sich aufteilen und anfangen, an Projekten zu arbeiten? Bei uns sind es die Arbeitsgruppen, die dann zum Beispiel die Jerusalemer Challenge machen oder andere Themen. Wie schaffe ich die, systematisch zu unterstützen? Das ist die Teamperspektive. Die hätte ich gerne in dem Leitfaden drin. Und dann bin ich auf der Person, das ist bei Corporate Influencern genannt Personal Branding. Ja, das ist für mich immer super kurz gesprungen, wenn ich bei Corporate Influencern nur über Personal Branding spreche, weil die Teamperspektive fehlt mir. Was machen wir zusammen? Ich bin hier nicht nur eine Eigenmarke, sondern ich arbeite für das Unternehmen und eben die organisationale Ebene. Das wäre ein erster Gliederungsgedanke für so ein Lern-US-Leitfaden für die Corporate Influencer. Und der zweite, das ist die Session gerade neben mir um 10 Uhr, geht es um das Thema Community Building Leitfaden als Grundlage. Ich glaube, und so bauen wir auch die Botschafter auf, dieses Thema, die Unterscheidung in diese Eigenschaften des Community Building Canvas ist richtig gut. Gibt eine gute Struktur. Klar haben wir die Botschafter nicht nach dem Canvas aufgebaut. Das wäre ein bisschen komisch vor fünf Jahren. Aber das Thema Identität. Was ist Identitätsstiftung? Welches Ziel haben wir? Dann das Thema Erfahrung. Das ist zwar nicht die Erfahrung derjenigen, die es aufbauen, sondern die Erfahrung der Mitglieder. Das heißt, immer wieder die Erfahrung der Mitglieder als Botschafter zu zählen, ist eine der Kernsachen. Also wir machen das zum Beispiel jetzt schon zweimal Zeit mit den Botschafter-Geschichten. Wir drucken die, wir geben die wieder ins Netzwerk, wir teilen die. So, das sind die Erfahrungen und das Thema Struktur, das darunter liegt mit der Frage, wie organisieren wir uns, wann treffen wir uns, was sind die technologischen Unterstützungen. Das wären für mich so zwei strukturierende Elemente, wenn es darum geht, so einen Leitfaden zu schreiben. Okay. Und dann suche ich Mitentwicklerinnen. Ich habe ein Ziel, also nicht übermorgen, sondern ich glaube, der Community-Leitfaden kommt im Herbst raus, habe ich jetzt vom Achim Brück gelernt, dass wir uns an den Reihen heranhängen und eine Instanzierung machen in dem Sinne von, für die Themen, für das Thema Corporate Influencer gibt es folgende Leitfragen oder gibt es einen folgenden Leitfaden, um das zu tun. So, jetzt haben wir noch acht Minuten. Was geht euch durch den Kopf? Welche Ideen habt ihr, wenn ihr das Bestehende oder das, was ich mir gedacht habe, ergänzt? Und ein Test-User ist da zur Verprobierung des Leitfaden. Markus, du bist witzig. Du sollst ihn schreiben mit mir. Du sollst ihn nicht testen. Ja, würde ich gern, aber ich habe da, glaube ich, erstmal noch nichts beizutragen. Aber ich habe das in anderen Zusammenhängen, jetzt auch bei zum Beispiel Diversity und so gesehen, dass das bei uns gerade ganz gut funktioniert. Also Leute, die da schon erste Schritte machen, dann wirklich auch Feedback den Gruppen zur Verfügung zu stellen. Und das kann ich sehr gerne anbieten. Mit mir als Mitentwickler hättest du, glaube ich, nicht so viel Freude. Dankeschön, Markus. Habt ihr noch Gedanken, die ihr teilen wollt oder sagen, hey, da würde ich mich gerne einbringen? Ich spreche jetzt mal die Joy direkt an. Was geht dir durch den Kopf? Noch ein bisschen Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch nicht so komplett abgeholt. Was jetzt genau der Punkt, also die Frage von dir an uns oder speziell auch an mich ist. Wie kann ich dich unterstützen? Ja, also die Idee ist, also ich wäre sehr häufig angesprochen von Unternehmen, wie macht der das? Was tut ihr? Wie kann ich lernen? So die gleiche Frage, die du gestellt hast. So und die Frage, ihr habt es ja auch aufgebaut bei der DATEV. Und was von dem, was ihr gelernt habt, können wir so generalisieren, dass wir es in einen Leitfaden bringen? Weil die Leitfäden kondensieren ja Erfahrungswissen um anderen, die sagen, ich will ähnliche, ich will die Lernkurve schneller machen, als jetzt die Joy und der Winnie, quasi das an die Hand zu geben. Und ich würde es gerne public machen, darum bin ich hier, fühle ich mich so wohl bei der Lern-US-Convention. Das ist so die Idee, weil ich glaube, dass man auch durchs Schreiben natürlich noch mehr auch lernt, aber dass wir, wenn so ein Leitfaden entsteht, sich auch nochmal reflektiert und sagt, was ist denn wirklich wichtig gewesen? Also ich glaube, was wichtig ist, auf jeden Fall so ein Leitfaden auch mit aufzunehmen, was jetzt wir vor allem sehr stark spüren, also ich bin jetzt, wie gesagt, hauptsächlich für Auszubildende, duale Studentenzustände, also wirklich diese Zielgruppen auch ansprechen, auch zielgerechten Input zu geben. Vor allem, welche Veranstaltungen wir beispielsweise machen oder wie wir auch rekrutieren. Also ich komme jetzt stark aus dem HR-Bereich, klar, aber auch ein bisschen Marketingaspekt. Aber ich glaube, das kommt einfach ganz gut an, dieser Traffic und dass man wirklich dieses Face nach außen, dass es einfach ansprechbar ist und dass es auch offen gestaltet ist. Und dass man das irgendwie auch in den Leitfaden mit aufnimmt vielleicht, dass man auch diese Zielgruppen wirklich auch adressiert und zielgerecht anspricht und das transparent nach außen bringt. Das ist jetzt so ein Learning, das wir ein bisschen so gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel weiterbringt, aber es war uns wichtig, so ein bisschen auch, dass wir halt die verschiedenen Facetten, verschiedenen Hierarchien, aber auch einfach da zu zeigen, wie trotzdem auch, wie flache Rechen wir haben und wie wir das nach außen bringen können. Und da auch einfach ein bisschen so diesen Blick hinter die Kulissen zu geben, wie arbeiten wir, wie bilden wir unsere Auszubildenden zum Beispiel aus, welche verschiedenen Programme haben wir und einfach da diese Arbeitgebermarke stärker zu machen und uns da schön nach außen zu präsentieren. Und es einfach auch das Dativleben ansprechend zu machen nach außen. Und das ist vor allem, fanden wir jetzt auch aus der Auszubildenden-Sicht einfach ganz ansprechend, dass man da die verschiedenen Wege auch aufzeigt. Aber natürlich machen wir es auch so, dass unsere Stammmitarbeiter da sehr viel, sehr stark präsent sind und auch mit den privaten Accounts auch ein bisschen Traffic posten. Und ja, genau. Vielleicht so kurz zusammengefasst. Alles gut. Dankeschön, Joy. Habt ihr weitere Ideen? Ihr seid schon kräftig hier in digitalen Notizen, schreibt ihr schon kräftig. Einen herzlichen Dank dafür. Was wollt ihr so in der Runde noch teilen? Wir haben noch vier Minuten. Ich könnte vielleicht ein bisschen Erfahrung austeilen oder verteilen, wie wir es bei uns jetzt gerade geschafft haben, da eine Gruppe aufzubauen, eine Community mit 70 Leuten aus der Basis heraus. Und ja, jetzt kommen wir so langsam an die Grenzen und stoßen an die fremden Interessen anderer Hierarchienstufen. Ich kann ein bisschen aus dem, ja, aus dem Wierkessel plaudern. Ich habe angefangen, ein Scrum-of-Scrum-Format zu gebrauchen, sage ich mal, für Techie-Themen vor knapp fünf Jahren. Und da waren, ich weiß nicht, gefühlte drei, vier, fünf Leute. Das hat sich dann über ein Jahr auf zwölf vielleicht hochgewachsen und entwickelt. Heute sind wir 70 gewesen, also letzte Woche noch. Und wir haben teilweise auch organisatorische Themen mit aufgenommen und nicht nur diese Techie-Sachen. Und da grenzen oder kratzen wir an den Interessen auch anderer Kollegen, die auch in ihrer Stellenbeschreibung das gleiche Thema drinstehen haben. Und deswegen ist es für uns wertvoll, mal herauszufinden, wie wir das miteinander kombinieren können. Das Problem ist nur, was wir entdeckt haben, wir haben das vor einem halben Jahr schon angeregt, dass es dann das gleiche Format gibt mit dem gleichen Durchschlagskraft, wie wir es haben, auch in diesem Orga-Bereich. Aber das wollte man nicht. Bei unseren Empfehlungen, aber die hat man nicht so aufgenommen. Das heißt, ich würde da mit dem Beispiel vorangehen, und das wäre der Beitrag hier, dass man quasi klein startet, die Gruppe langsam wachsen lässt und immer beständig bleibt. Das ist das ganz, ganz Wichtige, dass man Regelmäßigkeit dort zeigt und Präsenz zeigt und auch am Bad ganz beharrlich an dem Ball bleibt. Und so kriegt man das Ganze dann, glaube ich, in die Köpfe rein und verankert. Ja. Also ich glaube auch, es ist natürlich auch für den Fachbereich schwierig, wenn die eigene Aufgabe, die in der Stellenbeschreibung steht, übernommen wird durch jemand anderes und das auch noch sehr erfolgreich ist. Und auch da gilt aus meiner Sicht, Damian, man kann die nur einladen. Man kann sie immer wieder einladen. Ich hatte einen Bereich, egal welcher, den habe ich immer wieder eingeladen. Und wir wurden sehr offensiv angegangen, was wir uns eigentlich erlauben würden, hier bestimmte Tätigkeit zu machen als Botschafter. Und ich sage, die machen das halt. Die sind vielleicht bessere Botschaft. Also bessere, das darf man da nicht sagen. Aber ich glaube, sie einzuladen, mit in die Gruppe zu kommen und Teil der Gruppe zu werden, ist das Beste. Ich glaube nicht, also nehmen wir mal Shaquille. Shaquille mit dem Thema Lex, persönliche Experten, große Empfehlung, da auch reinzugehen. Warum? Er hat den anderen Weg gegangen. Dann hieß es ganz klar, bei dem Vorstandsauftrag, lass uns das nicht in die Formularorganisation bringen, weil dann ist es tot. Also informelles Lernen zu formalisieren ist so ein bisschen ein Zirkelschluss. Und teilweise muss man quasi dann, er ist jetzt in den HR-Bereich gewechselt und hat der Satz Aufgabe übernommen. Also es sind manchmal dann auch Lösungen, weil ich glaube, es ist extrem schwer. Weißt du, die eigene Idee, eine fremde Idee im eigenen Bereich zu implementieren, da hätte ich auch meine Probleme, Damian. Das Witzige ist, dass sich da so viel Überschnitt ergibt, dass es für uns durchaus sinnvoll ist. Ja, das glaube ich auch. Gerade mit diesem, wir holen uns einfach Informationen und sogar Hilfe von anderen Abteilungen rein oder von anderen, wie gesagt, Hierarchiestufen und Stellen. Das hat so viel Drive gebracht und Leute sind motivierter. Also ich bin total begeistert auch von der Kultur, die sich jetzt daraus entwickelt hat, weil viele Leute machen mit. Unsere Agenda ist voll, wenn wir starten, das war früher nicht der Fall. Und wir haben zwar eine halbe Stunde für die 70 Leute, aber das ist überpoppevoll und wir kratzen immer an dem Timebox. Also das ist selten der Fall, wo wir nichts zu erzählen haben. Dieser Austausch ist total klasse. So, super. Das ist ein gutes Schlusswort gewesen, Damian. Dieser Austausch fand ich total klasse. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid heute beim Austausch. Ich werde das Protokoll jetzt einmal runterladen und macht aber einen Kollegen auch. Ich danke euch, dass ihr mitdiskutiert habt und wünsche euch noch eine coole LOSCon. LernOS Convention und wir sehen uns ganz sicher beim Abschluss um 15 Uhr. Macht's gut. Vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Ciao.